Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Mörder, zusammen mit F2DMX. Der schönste auf dem ganzen Planeten spielt man wieder Minecraft Mörder. Willst du mich grad komplett verarschen? Ich bin übrigens innocent. Innozent. Cent. Widerzent. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Ich bin schnell durchgekommen. Ah, fuck. Ja, ich war Mörder. Ich hatte meine scheiß Axt nicht in der Hand. Och Mann, direkt Mörder und direkt verkackt. Na gut. Na gut, ich bin aber auch noch nicht eingespielt. Aber ich hab direkt instant 3 viel weggeklatscht, Alter. Ah, fuck. Komm mal her. Nein. Komm du. Komm noch kurz, bitte. Nein. Ich verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder zurück. Jetzt hab ich die Öffnung verloren gerade. Ja. Mein Plan hat funktioniert. Ei. Dein Ernst? Du bist so ein Vollidiot. Nein. Ich besteige meinen Thron. Mörder gesehen. Mörder gesehen. Mörder gesehen. Es ist, äh, Smarter Might mit Skylo Anime Skin. Ah, fuck. Ich hab zu spät reagiert. Ich will dich auch nicht kriegen. Ich will den Mörder. Also du musst auch ein bisschen rund hüpfen, weil sonst, äh, denkst du, äh, ... Aber ich geh auf den, ich geh auf den Thron, Alter. Ich meine, ich wollte schon immer mal so einen Mörder mit der Falle töten. Oh, wir haben gewonnen. Achso, Punch mit CH, ne? Am Ende. One Punch. Man. 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 Ich mag dich. Gewenkt. Umarmung. Man. Dein Ernst? Achso. Ich dachte, du wärst das. Hi. So ange, ange, äh, geflutschwingert. Oh. Noch einer. Oh, wir haben gewonnen. Und dann übrigens wieder innocent. Ey, ich brauch zwei Gold. Wallah, ich schwöre, ich hab beide Beine gebrochen. Moin. Hi. Ach du Scheiße. Der hat ja richtig rasiert. Ich will das machen. Ach komm, Alter. Wieso? Wieso drückt jemand diese Scheiße jedes Mal? Juhu. Wir haben gewonnen. Alter, bis jetzt hat jeder kein, bis jetzt hat kein Mörder gewonnen. Ja, ja, ja. Ach, fuck. Leck mich am Arsch. Ich hasse Jump'n'Runs, Alter. Ganz ehrlich. Ich kenn mich mit dieser Scheiße mit Mechanik überhaupt nicht aus. Oh, fuck. What the fuck. Ich hab grad den Robüchen runterkicken lassen. Beinahe auch mich, du Arsch. Oh. Bin auch dort. Alter, ich wurde nur einmal Mörder bisher. Weil, falls es bei dir nicht funktioniert, dann muss ich ja wohl. Ist aber wirklich... Hallo. Ahaha. Nein. Jaaaa. Verdient, du Opfer. Verdient. Ich hab meine Kids gemacht als du. Ja komm, ich hab sogar öfters mal als Mörder gewonnen. Also halt mal Mull. Oh, die riechen gut. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen hoch da. Seid Obenent meines Kanals. Schaut bei F zu dem... Ne, warte mal. Du heißt ja jetzt PvP-Entervor. Ja, ich bin die Galle. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen hoch da. Seid Obenent meines Kanals. Schaut bei ihm vorbei. Und schaut auf den Discord-Server vorbei. Aktiviert die Glocke. Viel weitere Videos. Mir fällt gerade auf, ich hab graue Punkte da. Und ja, haut rein und tschau Leute.